2. Love Island Paarungszeremonie, das sind die Kupples Wer geht mit wem? Am Montag hat die Love Island Villa endlich wieder ihre Türen geöffnet. Eingezogen sind neun Singles, die sich zu vier Kupples zusammengefunden haben, Jenny blieb Single. Doch die Zuschauer haben alles nochmal durcheinander gewürfelt, sechs Leute mussten ihre Partner tauschen. Inzwischen ist mit Daniel ein Mann zum Kast dazu gestoßen. Damit er nicht weiterhin alleine im Bett schlafen muss, gab es eine zweite Paarungszeremonie. Das sind die neuen Kupples. Daniel eröffnete den Abend und wählte Efi, mit der er zuvor ein Date hatte. Ich werde mich für die Islanderin entscheiden, mit der ich in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, die meisten Gespräche geführt und am meisten gelacht habe, begründete der 31-Jährige. Danach waren die verbliebenen Frauen an der Reihe, Jenny verkupelte sich mit Luca, Laura blieb bei Leon, Alessandra bei Fabi und Vanessa bei Hannes zumindest vorerst. Denn dann kam Ray. Der Hamburger sollte eigentlich direkt am Anfang einziehen, aber wurde krank. Nun ist er gesund und darf endlich losflirten. Er kräschte die Paarungszeremonie und nahm sich Fabis Alessandra. Der Brandenburger muss jetzt also alleine schlafen. Er kräschte die Haarungszeremonie und bringe die Paarungszeremonie, geniemonie, um майca. Das war die Rauch saint in den letzten glory test. Vielen Dank.